Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, komm her! Leon, ich bin hier! Ich komme! Leon, wer war das? Leon, wer war das? Leon! Leon, wir müssen weg. Sofort! Ich werde eine Jagd organisieren. Geht's? Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Stellen aufgehängt. Oh, danke. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Sag dich, Sebastiani. Beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Ach, Gabriela. Ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Hm, Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr, möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es... Aber es... ... Weren't weersen. Die Abenteuerung hat man. Amen.